Moin, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem Gameplay, was ich aufnehme, weil ich am Wochenende auf der ESL-Meisterschaft bin und deswegen nicht hier sein werde und deswegen auch nicht aufnehmen kann. Wir spielen heute ein bisschen Jinx. Jinx ist ein cooler Champion, der sehr gut momentan in der Meta steht und sehr viel Bock macht. Deswegen zuhören mit Jinx. Jinx ist übegeil, no joke. Habe ich jetzt wahrscheinlich schon drei Jahre dem Montag, Dienstags, was auch immer tags gesagt. Das Crit-AD-Carry ist ziemlich bocken gerade und Jinx ist natürlich einer von diesen Crit-AD-Carrys. Und wir hoffen da natürlich gut abzugehen. Wir spielen mit Morgana zusammen. Das ist eine ziemlich coole Combo, weil halt die Protection insane ist. Und wenn sich einer mal von Morgana Q nennt, es kommt mein E hinterher, mein W-Ult-Bam-Bam-Bam und wir können auf Max-Range quasi Auto-Techen. Ist auch gegen Jinx ziemlich geil, weil wenn Morgana Q trifft, kann ich auf Max-Range mit meinen Raketenwerfern angreifen und Jinx kann mich nicht Auto-Techen, weil ich einfach mehr Range habe als der. Ich meine, wenn ich mein Q-Skill habe, mein 600-Range und Jinx hat keine 600-Range, dann geht das ganz gut. Auch gegen Trash ist es geil, gegen Echo ist es geil, gegen Lee, also gegen das gesamte Gegner-Team ist Morgana extrem geil, mega geiler Pick. Ansonsten haben wir Genku-Plenku auf der Mid-Lane mit Dora, ist okay. Ähm, wir haben ziemlich viel Mixed-Damage. Wir haben auch eine AP-Sec-Jungle, also wahrscheinlich Tank-Sec, aber der AP-Schaden macht. Ähm, das ist ziemlich geil für mich, weil die Gegner dadurch nicht so früh Amor waschen werden. Und die Gegner sind sowieso nicht so tanky, deswegen werden sie sowieso nicht so viel Amor haben. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist natürlich, wenn der Yasu wieder komplett ausrastet, weil wir gar keinen HCC haben. Und kein HCC gegen so einen, sagen wir, minimal-mobile-Champion wie Yasu, ist etwas kritisch. Wobei, ich glaube, dass eine Kayle einem Yasu ziemlich hart ins Gesicht gibt, also ich hoffe es mal. Ähm, ja, das Einzige, wo ich halt nicht wirklich weiß, was Sache ist, ist auf jeden Fall der Supporter. Soweit ich weiß, ist der Off-Roll. Aber das wird, das wird. Ähm, auf der Lane werde ich versuchen reinzupushen, weil wir wissen es inzwischen, habe ich es 800 Mal gesagt. Und man sollte es auch eventuell sich erschließen können, dass ein Jhin mit vier Auto-Checks im Jahr, oh, verdammt, nicht ganz so gut lasteten kann. Deswegen pushen wir rein. Und bei Jhin ist es besonders so, wenn man ihn reinpusht, dann ist er halt damit beschäftigt. Hoffentlich hat er keine Hucke. Ne, er hat keine Hucke. Ich habe gerade hier gecheckt, ob er den Buff hat. Ähm, und wenn er unter dem Tower ist, muss er sich halt übel darauf konzentrieren zu lassen und kann mich deswegen nicht poken, weswegen ich safer farmen kann. Das Einzige, wo wir natürlich darauf achten müssen, sind Ganks. Und die sind... Alles klar, Morgana. Okay, merke ich mir. Cool. Ähm, das Einzige, wo wir natürlich darauf aufpassen müssen, sind die, die Sinn-Ganks. Mit Lantern, Threshhook, Flash, Flay und so weiter. Ist das schon ein bisschen was nicht so cooles möglich. Deswegen, hier unter dem Tower zum Beispiel jetzt so zu stehen, macht gar keinen Sinn. Hier ist aber top, okay, dann können wir doch Akku spielen. Und die Kale ist nicht... Die hat Flash, die Kale. Warum hat sie nicht Flash? Ähm, okay. Lassen wir ihn mal so stehen. Der Tracking-Overall-Käos. Immer noch das Motto, wenn man den AD-Carry damagen kann, dafür der Supporter-Damage kriegt, ist okay. Es ist fucking Morgana, die hat Spell-Vamp. Und sie hat noch zwei Pods. Und dafür hat der Jhin gerade 3-400 Damage gekriegt und ein bisschen Farm verloren. Bei Überwurf. Und muss ganz schön viel Mana gerade benutzen, um unter dem Tower zu farmen. Dass natürlich der die Sinn jetzt zwei von zwei Gangs durchgebracht hat, ist nicht ganz so nice. Oh fuck, ich kriege wieder Minion verpassen. Würde ich aber auf jeden Fall nicht den... Fuck. Würde ich aber auf jeden Fall nicht den Sekt verblämen, sondern einfach die Lanes. Ah, ich habe jetzt gerade ein bisschen Minions verloren, weil die so Akku-Seed gespielt haben. Aber Jhin hat seinen Pod raus, von daher ist... Au, 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 das war dumm. Wahrscheinlich tot. Hatst du noch was, Morgana, bitte? Au, aber hat er, hat er, hat er. Aber ist nicht worth, aber ist okay. Hm, das hätte er vielleicht gar nicht so bad gemacht. Die Lane freest. Das ist okay, die Lane freest. Also, es ist okay, der Umstände entsprechend. Ich kann mir einen Kalk kaufen und Boots. Ähm, da habe ich, glaube ich, ein bisschen Agro gespielt. Wobei es halt... Also, der Trash hat halt die gute Situation gesehen. Ähm, Jhin kein Flash, Jhin kein Heal. Trash kein Flash, Trash... Also, alle vier Summoners gejust. Ich hätte wahrscheinlich etwas früher flashen sollen, ich habe ziemlich lange gezögert. Joa, aber overall war es jetzt nicht so tragisch. Das hat einen sehr irrationalen Gate. Wenn die jetzt nicht pusht, dann ist es okay. Weil der Jhin dafür halt einiges in Farm verpassen sollte. Je nachdem, wie die Minions auch gut sind. Bitte greift den Kennen dann. Bitte. Bitte. Oh, nee. Die Morgana hat irgendwie... Als ich gerade nicht geguckt habe, hat die Morgana nichts gemacht, sondern irgendwas angegriffen. Sonst wäre die Lane jetzt nicht so... Hab ich noch. Okay. Was hat der Jhin? Wahrscheinlich... Ein Dirk? PigX. Okay. Er geht auf Infinity Edge first. Okay. Okay. Morgana war nicht Base, sie muss Base. Ich verstehe jetzt immer nicht. Diese AOE Spells einfach nur um einen Minion zu kriegen. Die ist die ganze Backlange gepusht und dadurch freest die Lane, dass sie überhaupt nicht wirft. Morgana sollte auf jeden Fall jetzt back gehen. Scheiß doch, dass ich... Wobei, nee, es freest, push die Lane wieder. Das ist eh full HP, ist nicht so schlimm. Sie hat halt keine... Oh mein Gott. So bin ich AD. Wie? Ja, die SYN macht halt dick work. Nicht so. Ich hab keinen Pot, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen drauf aufpassen muss. Also so... Trades werde ich nicht... Ai, gehen. Wenn ich da für Damage kriege. Natürlich ein Morgana Q, das kann man mal ein, zwei Autotechs machen. Who's Bay Shirt? Hm. Ja, die wird bald sechs sein. Ich hab keine Summoners. Das ist nicht gut. Normalerweise ist es halt immer so, wenn man Summoners Bot Lane verbrennt, wird man dann eigentlich übel gankbar. Der SYN kann halt eigentlich Bot viel machen. Jetzt gerade natürlich nicht, weil die Lane gepusht ist. Aber so generell... Hat er bisher leider nicht. Werde ich ihm gleich nochmal sagen, dass Bot very gankable ist. Einfach nur, weil da keine Summoners sind. Hier ist top. Boah, sechs sollte jetzt Bot kommen, ohne Witz. Ihr solltet jetzt Bot kommen, Kill holen, Break machen. Mega guter Trade. Mega nice. Wie gesagt, ich will nicht zu viel Damage kriegen, weil ich keinen Pot hab. Aber... Ich hab ja meine Warlords, ne? What's the... Oh, fuck. What's the... Oh, ich verpasse jetzt ein, zwei Minions deswegen. Aber ich hoffe, dass das was bringt. Oh, mega gut. Oh. Ich hab übel Schiss, dass Lee kommt. Ich werde auf jeden Fall übel Passiv spielen. Ich bin fünf Farben vorne, plus hab auch ein Assist. Also, overall sind wir wirklich nicht so behind. Und wenn wir ein bisschen pushen können, dann können wir es so machen, dass wir quasi... ...zwei, drei Minions mehr haben als die Gegner und dadurch früher Level 6 werden. Und mit so low HP, wenn die so lange noch auf der Lane bleiben... ...kann ich wahrscheinlich was mit der Ult machen. Weil die Morgana halt langsam nicht wenig Mana und Leben hat, weil sie halt echt immer noch nicht Base war. Oh, ich hab so Schiss, dass Lee ist hier. Lee ist 100% hier. Das ist wieder so obvious, oder? Oh, fuck. Vielleicht hat er nur eine Seele genommen. Die Frage. Aber wir haben keine Summer. Das ist nicht worth... Das Deck jetzt halt Topcam ist auch überhaupt nicht worth. Gegen das Team könnte ich Botlane so hart snowballen. Die haben auch gar keinen Hard-CC. Äh, gar keinen Potland-Click-CC. Lee ist Mitte. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel... Warum sagt mir jetzt der Mitglieder nicht, dass der Lee geultet hat? Der Lee hat... Oder hat er geultet? Okay, wenn er nicht geultet hat, dann vielleicht deswegen. Kann sein, dass er jetzt Botan-Moved. Okay, Morgana ist schon sechster, fuck. Oh, ist das slow. Oh, oh. Wo heilt sich der fucking Jhinz auf dir, übrigens? In Relic, glaube ich. Jetzt gibt's die Base vor sich. Das siegt doch jemand, oder? Können wir mich diven? Die sind halt bald sechs. Ich glaube, die können mich sehr wohl diven. Wenn ich noch keinen Flash-Up. Wenn ich den Hook flashen kann... Ah, nicht den Hook, aber wenn ich halt nach dem Engaging wegflashen kann, ich glaube, dann ist das okay. Aber es ist gut, dass sie... Es ist richtig, dass sie weggeht, denke ich. Oh, fuck. Ich bin in Rage. Got it. Hm. Ist jetzt nicht so tragisch, overall, die Lane. Die Frage, ob ich jetzt weggehe. Nee, ich werde bleiben. Den haben wir hier geworden, oder dass er nicht rein-sneaken kann und dann auf einmal von hinten kommt, oder so. Okay, Top-Lane 20-Farm, nicht so nice. Mitte, Low-Farm, ist okay. Jungle, übel der Head. Ich würde mir halt immer noch einen Bot-Gank wünschen, aber jetzt sind die sechs... Jetzt macht's keinen Sinn, einen Bot-Gank zu forcieren. Sind sechs und haben Flash, die Gefahr, dass Lee-Counting ist. Ja. Oh, close. Hätte das getroffen. Der will flashen. Ah, schade. Der Q getroffen wäre tot. Noch gerade so. Ich weiß nicht, ob ich schon sechs war, als der unter den Tower war. Aber ich hab... Ich weiß nicht, ob ich vielleicht versuchen hätte... Oh. Ich weiß nicht, ob ich versuchen hätte, irgendwie einen Kick zuzulassen, damit der Aggro kriegt. Weil dann hätte ich vielleicht... Die sollen weg. Weil dann hätte ich vielleicht seine Turret-Aggro ziehen können und dann rausflashen können. Aber ich wäre vielleicht gesto... Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, dass ich... Ich glaub nicht, dass ich gestochen hätte. Ich hatte einen fucking Black Shield. Ah. War ein bisschen zuzulassen, muss man sagen. Oh, ich dachte, der nimmt die Lantern. Fuck. Hat zu spät. Oh, die sind so low, aber ich hab keinen Mana mehr. Oh, fuck. Die Ult, man. Hätte die den Lee gekillt, wäre das alles anders ausgegangen. Shit. So close. Okay. Echo hat noch... Kann ich ein Bane? Ich hab hier... Fuck. Ich dachte, er nimmt die fucking Lantern deutlich früher. Wollte ich mich gegen? Green. Ah, wenn die kommen, ist er tot. Die Green. Die verrasten halt über viel Zeit. Das Top-Lane halt so, dass man auch kriegt. Oh, ne, Moment. Kommt noch ein Echo? Okay. Der Lee-Race hat gerade super viel Zeit, aber er ist halt was, weil wir über den Sack. Fucking... Okay. Jungler wieder wollen. Wie ein Line hier. Okay. Puh. Aber alles gut. Ich bin Jinx. Ich mach das Late-Game. Easy. Na? Base-Ger. Jinx hat ein Kill und war Base. Fuck. Ich muss aufpassen. Hallo? Hallo? Oh, die Komponenten. Nice. 15 Q. Go. Nice Player. Good Job. Er kommt bot. Ich hab leider gar kein Mana. Oh, sie hat, glaube ich, Warten-Song auf den Knock-Up. Er war mein, welcher Knock-Up. Ping mal mein Mana. Ich find das Mana so schwer zu pingen, Alter. Man muss halt ein fucking Gehirn-Chirurg sein, um die Mana-Leiste zu treffen. Geh ich Base? Ich glaub nicht, dass er alleine pushen kann. Muss Base. Ich hab zu viel Gold. Und ich hab Runas. Nein, du Snitch. Wäre cool, wenn er Sack noch mit gepusht hätte. Die gibt sich selber das Schild. Ist das dein Ernst? Okay. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, sich selber das Schild zu nehmen. Hm, der Sack hätte benutzt Auspushen sollen, man. Das enthüllt mich grad. Ich denke, Lee will Diven. Oh, mein Lee ist top. Ausnahmsweise ganz nice für mich. Ja, der macht halt, der hat halt 8 von 10 Kielbeteiligen und Sack 1 von 1. Nicht gut. Ja, nee, gut. Immerhin hab ich Runas fertig. Wobei, ist es richtig, hier Runas zu bauen? Nee. Ich will ein bisschen Damage haben. Ich glaub, wir können hier Agro spielen. Ich mach's so. Dann nehme ich noch 2-3 Pots mit. In irgendein Fall können mir Pots echt helfen. Boah, wenn die das kriegen, jetzt ist ja scheiße. Sack kennt. Jetzt hätte Sack was machen können, so. Warten, bis die Minions fast down-to-down reinböllern, so. Das wäre irgendwie nice gewesen. Morgana ist topside. Ich weiß nicht, ob ich den Tower verlieren. Der Jesus ist halt super. Fett, Alter. Und der Lee auch. Die beiden einzigen. Also Lee ist halt wirklich der einzigen, der mich hier hätte ficken können. Weil der hat, oh, ich drück, Q drück. Und dann bin ich rippen. Oh, fuck. Ich glaub, die kriegen echt den Tower. Das wäre nicht so. Nein, 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 nein. Da kommt Jinx. Hallo. Ihr dummen Snitches. Das Game läuft gerade. Oh, mein Minima aus der Kontrolle. Ihr war early game, wisst ihr. Da habt ihr mit Jinx den Impact des Jahrhunderts. Ach, du willst also Base, ja? Du willst also Base. Okay. So. Wenn wir den jetzt aber nicht Base lassen, haben wir auf jeden Fall die Pressure. Er ist fast oben. Wenn ich safe farm. Ich will mich einfach hochfarmen. So, bevor ich hier zwei Asims habe, will ich überhaupt nichts machen. Aber wenn ich zwei Asims habe, kann ich dafür, denke ich, relativ viel machen. Wenn die Morgana es schafft, mich vor dem Lee zu bewahren. Sie da keinen Flash, will nicht zu weit pushen. Aber die Sin, der natürlich, haben wir mal nicht ganz so squished. Ich habe Kale und Morgana für später. Das wird richtig sweet. Kann sein, dass er den Retton Bane will, wenn er das gequemt hat. Lee ist Bot. Lee Bot. Immer ein bisschen zu viel schreiben als zu wenig. Manche würden sagen, die haben mich nur auf der Minimap gesehen. Nee. Alter, wenn du jetzt stirbst, würde ich tilten. Ist egal, ist los. Egal. Wenn Zack kommt, können wir richtig geil Counter ganken. Nicht ihn zacken lassen, wenn ich ihn zacken will. Haha. Nicer Bait, Alter. Nicer Bait. Das war richtig gut von ihr. Holy shit. GG. BP. Erstmal Fragezeichen rein. Erstmal das klassische. Lee, ich will ja jetzt nicht flamen, aber war jetzt gerade schon ein bisschen boostet. Das war auch echt nice gemacht von ihr, muss man sagen. Ich stehe 3-1. Ich würde das gar nicht kennenlernen. Ich glaube, das geht nicht. Genau, aber das geht nicht. Let's go. Let's go. Oh, what? What? Okay. Habe ich jetzt ausnahmsweise nicht gesehen, den Flash. Ich habe jetzt schon Runans. Sehr gut. Das läuft. Das läuft. Ich habe jetzt wieder Flash. Und warum? Nur, weil ich safe gespielt habe. Ich hätte jetzt auch überaggressiv spielen können. Der Lee hätte seinen Feed-Bot-Lane snowboyen können. Ja, da, bla, pam, pam, pam. Hm? War safe-spiel. So. Farm-Technisch muss ich halt versuchen, noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Der Jasus 40 farmt vor mir, einfach nur, weil er halt gar keine Pressure hat. Das ist eher nicht so nice. Oh. Ich will da ein Outplay sehen. Scheiße. Ich kann den Tower pushen. Mitte mache ich eh nichts, so. Jetzt zu groupen. Viele machen jetzt den Fehler und versuchen, Mitte zu helfen. So, was machst du als anderthalb Item-Jinks gegen einen Lee, der gerade diese Items hat, so? Was genau? Ich push jetzt einfach. Den Tower kriege ich wahrscheinlich sogar. Ja, so ist es miss. Aber wir haben eine gute Vision und ich habe Flash. Und am Tower-Diving kann er mich nicht. Oder kann er es? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Bin immer noch Jinx. Das Top-Lane. Ja, perfekt. Air-Fact. Die Rotation von der Bot-Lane. Mag jetzt wieder sein, so. Wir haben einen Kill geholt. War übelst die gute Rotation. Ihr habt fucking Tower verloren. War nicht mal ansatzweise worth. Also nicht mal ein kleines bisschen. Das muss ich aber weg. War vielleicht schon ein bisschen spät. Ah, nee. Passt noch. Nice. Ich werde mir auch Schuhe kaufen. Einfach nur die SinQ besser dodgen. Jin-W ist besser dodgen. Jin-Ul ist besser dodgen. Trash-Hook ist besser dodgen. Da ist mir jetzt ein bisschen mehr Adi nicht so wenig. Aber der ja so. Der wird zum Problem. Und der... Was? Die klassische Solo-Lane-Experience. Ja, nice. Ah, 1-4-0-6. Geh, geh. Ja, das kann ich. Kein Ding. Hey. Hallo. Oh mein Gott. Der Gangplank. Hätte mir auch einfach vielleicht mal eine halbe Sekunde früher helfen können. Egal, es worth. Alles worth. Alles worth. Also dafür, dass die wirklich gerade so hart auf mich hergegangen sind, habe ich halt echt noch viel geschafft. Dass ich den Echo noch habe töten können. War es der Echo? Ja. Das war... Oder war... Ne. War es der Echo? Ich glaube, es war der Echo. Das war ziemlich worth. Und die haben Lee Sin-Ult benutzt für mich. Gin-Ult benutzt für mich. Oh, der ist gut. Nice. Das könnte ein Ace werden. Oh, delicious. Oh, lecker, lecker, lecker. Nice. Oh, schade. Ein bisschen weiter rechts wäre gut gewesen. Und mehr Crit für mich. Und mehr Farm für mich. Hm. Ist generell etwas so Slow-Farm-Game. 120 Farmen nach 17 Minuten. Aber ihr seht halt die Pressure. Ich meine, die Laning-Face-Botlane war so Minute 14, 13 vorbei. Sonst fallen wieder super viele Kills, wie es in Solo-Küter Fall ist. Da passiert es schon mal. Pushen jetzt den Tower. Die können wahrscheinlich auch noch Drake machen, ohne mich. Ja, ich will jetzt hier einmal den Farmen. Ich will nicht so schnell wie möglich auf Infinity-Edge abfarmen. Oh, fuck. Der Green-Term war nicht so geil. Oi. Drake ist dann wohl doch weg. Den Tower kann ich allein noch nicht verteidigen. Ohne Flash und ohne Heal wäre ich zum Beispiel bei dem Fight gerade aufgeschmissen werden. Und ohne Flash und ohne Heal wäre ich gegen das Team gegen in jedem Fight aufgeschmissen sein. Gegen so ein Team kann einmal repositionieren so viel wert sein. Gegen einen, keine Ahnung, Jhin-Snare oder einen Echo-Bee oder einen Thrasher-Hoop oder irgendwas in der Richtung. Drake ist down, passiert. Die wollen Botmain wahrscheinlich schulen. Das können wir aber defen, wenn wir da moven. Na, der dies alleine wahrscheinlich. Ein bisschen beschleunigen das Ganze. Wenn jemand kommt, kann ich das defen. Morgana bleibt mit. Oh, die hat... Ach, wobei, nee, die war low, nevermind. Okay, Thrasher ist auch hier, dann können wir das nicht. Dann hol ich... Mir den Golems. Oh, okay. Schein gut in dem ist jetzt, ja. Müssen wir sie nicht weiterpushen. Oh. Die Catches sind halt dumm. Das darf nicht passieren. Aber es ist halt Jhin... Es ist halt fucking Jhin-Trash, sonst passiert... Was, die Stippen-Ulti? Oh, das darf nur tatsächlich auch nicht. Ich hoffe, er hat geultet. Nee, ich kann topen nicht defen, das ist unmöglich. Der hat fucking Infinity Edge. Und bitte auch nicht, weil Morgana tot ist. Oh, ist das... Don. Hm. Ich brauche noch den Blue Goff. Habe ich. Oh, shit. Man kann es ja mal probieren. Ich war mir... Ich war das nicht. Oh, die kriege ich nicht, oder? Kritt, kritt, kritt. Ich habe ganz bisschen mehr Farmer als der Jhin. Okay, mehr. Aber overall hat er wahrscheinlich mehr Tyrit Gold. Ist gerade nicht so leicht zu farmen. Wenn ich Summoners wieder habe, kann ich deutlich aggressiver spielen. Aber jetzt muss ich erst mal richtig weit hinten chillen. Aber das... Eigentlich ist Zack und Jinx zum Beispiel ein richtig nice Combo, weil Zack macht echt viel Base Damage. Oh, schade. Und dafür kann ich ihn ganz gut unterstützen. Das Problem ist, er wird jetzt halt wieder die Raptor nehmen. So, ich brauche halt Farmen. So, ich brauche Farmen. Ich bin halt fucking Eddie-Carry. Wenn er ein schlechter Jungler ist, dann wird er mich flamen, dass ich den Farmen nehme. Nein, 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 nein. Das war schon wieder Whisky, Alter. Steht wie... Habt ihr gesehen, wie weit hinten ich stand und wie Whisky das war? Ja, so Whisky, dass die Morgana-Raget gewollt hat. Aber Baron 1. Wird gecatcht. Braucht dich Morgana, please. Ich liebe gut. Reset. Nice. Können Barrel machen wahrscheinlich, oder? Ich bin 5 Ult. Hallo? Oh, ich habe jetzt Ult. Oh, nee. Fuck, es war zu greedy. Ich hätte pushen sollen. Oh, Mist. Also, ich glaube, es wäre worth gewesen, wenn alle auf ihn gegangen sind. Aber das war greedy. Das war greedy. Ich will den fucking Mid-Game-Power-Spiked-AP-Carry. Mit 1.100, 1.500 Gold in der Tasche, 1v1. Auf ein halbes Leben. Und das war übel dumm. Oh. Hätte ich meine Ult gehabt, hätte es vielleicht funktioniert, wenn ich die Ult durchgekriegt hätte, bevor es Schritt geprockt ist. Aber ich glaube, das hätte nicht gereicht, weil es so close range war. Hätte ich Heal gehabt, wäre es easy geworden. Das war greedy. Fuck, man. Oh, nee. So was hat jetzt so große Folgen. Wir hätten wahrscheinlich den Baron machen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Einfach nur, weil ich fucking greed. Und das war ja nicht mal eine Entscheidung, wo man jetzt sagt, boah, lol. Aber weiter auswaschen. Ich will das Potlain nehmen. Die Gefahr besteht, dass sie... Wobei, die haben halt einen langsamen Baron. Na ja, also macht einen... Der geht full damage. Der ist okay. Ich glaube nicht, dass der viel machen wird. Full damage, also ist bad. Dankeschön, Morgana. Mh. Du bist ein Schatzi. So, das ist lecker. Mh, mh. Ich überlege, ob ich als nächstes... Jeder, die fucking... Zwei... Okay. Am wenigsten hat sie diesmal geultet. Die Baron aufpassen, ja. Ich habe ult, aber... Das ist wahrscheinlich... Oder ist es mit Baron? Ist zielig. Endgame hat keine ult. Oh, fuck. War zu spät. Viel zu spät. Wir können da vielleicht fighten. Nice. Ich lasse mich nicht instacken. Na, wir sind gesplittet reingegangen. Und wir waren auch in Unterzeit. Ach, komm, jetzt hör auf mich zu ping, du Wichser, Alter. Ich bin nicht zack, der 8000 Ranger hat. Gut, dummes Stück, ey. Holy shit, so ne Leute tilten mich. Ha, ha, ha. Wir killen. Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel. Fucking sick. Es war einfach nur... Es war halt einfach nicht mal irgendein Betze, dass er reingegangen ist. War jetzt nicht unbedingt eine schlechte Idee. Aber die haben uns halt gut weggesohnt. Nein! Hm. Teamfight läuft schlecht. Er ist nicht schuld. Ich muss irgendjemanden zum Flame suchen. Kann auch einfach... Ja, dass die Kale 2 ist gut. Passiert. Dass du komplett outjungles wurdest, ist auch passiert. Ah! Egal, wir carryen das noch. Ist noch machbar. Ich hab Summer... Ich hab noch Flash Ready. Es ist noch fucking machbar, das Game. Ich weiß nicht, warum wieder alle rumheulen, Alter. Wir outscalen die so heftig. Ich verstehe es halt nicht. Block. Hat der 0 abgebrochen? Oder war es schon die 4te? Hm, lecker, lecker Redemption. Kein Mann dafür irgendwie, ja? Nice. Ich brauch kein Ult. Nice. Nice, nice, nice. Immer noch die nicesten Kills. Ja, seid froh, dass ich mein Mixtape noch nicht gedroppt hab. Platzen euch die Ohren. Überwältigung. Und vielleicht auch. Aua. So. Geh ich jetzt ein bisschen Tankies? Naja, ich hab so viel Protection. Ich muss... So in so einer Situation... Muss ich darauf hoffen. Weil unser Team ist darauf aufgebaut, eigentlich mich zu protecten. Wenn ich jetzt sage... Hö, ich glaub nicht daran, dass sie mich protecten und scheiß darauf. Dann ist das zwar nicht mal unbedingt so unbegründet. Weil halt die Kay komplett scheiße spielt. Weil die Morgana spielt gut. Und... Wenn ich die Stärke dieses Teams nicht ausnussse... Dann können wir halt so oder so nicht gewinnen. Auch wenn ich safe baue. Das ist ja dumm. Dass die Kay sich... Just go together and protect me. No solo shit. Okay, das ist jetzt dreimal, viermal gecatcht. Weil sie einfach nur dumm, aggressiv solo dasteht. Was können wir noch machen? Oh, die Ecke ult. Ich hab sie gar nicht gesehen. Oh nein. Ey. Oh. Das ist wieder sowas. Ich spiel den Teamfight. Ich spiel den Teamfight fucking 20 Sekunden. Perfekt. Dann ein Misstep. Und die fucking Nuke droppt einfach. Oh nee. Ey. Das ist fucking AD Carry in a nutshell. Du hast 20 Sekunden alles richtig. Dann stehst du 5 Zentimeter zu weit vorn. Und du wirst einfach nur komplett atomarisiert. Wenn das ein Wort ist. Oh fuck. Wäre halt wieder. Wenn das ein 5 gegen 5 Fight gewesen wäre. Wenn die Kay am Leben gewesen wäre. Wäre das ein übel geiler Fight geworden. Wir brauchen nur einen. Wir brauchen nur 5 von 5 Fighten. Aber die verstehen es leider nicht ganz. Etwas anlucky, dass wir jetzt 200 Down sind. Deswegen. Vielleicht hat sie es gelernt. Es ist immer noch nicht los, das Game. I believe. Vielleicht liebe ich doch nicht. Es ist gerade ihr. Keine Ahnung. 10. Tod. Nice Champ, Alter. Ey. Ich fühle mich gerade wieder so. Hey. Ich bin ein AD Carry. Ich habe Einfluss. Nice. Klapper. Das hat die Kay leider komplett alleine verloren. Der Gangplung ist zwar auch am fliegen. Oh. Das ist. Das ist. Das war so ein Free Wind. Das war so ein fucking Free Wind. Ich alles was die Kay leider machen müsste. Einfach nicht 8 mal sterben. Ah. Wo? Können die finischen? Vielleicht können die nicht finischen. Okay. Wir sind. Wie lange sind wir denn in der 25. Fucking Minute tot? Kay lebt. Wie macht das noch Kay? Kay. Believe. Believe Kay. Do it. Do it Kay. Do it. Do it doch. Ach Kay. Kay. Wow. WM. Warte. KG. Ey. Das hätten wir so easy gewinnen können. Oh man. Fuck das Alter. So in den Games regen auch. Wenn man das gewinnen könnte. Naja. Schade. Trotzdem noch fürs Zuschauen. Ich bin übelt. Oh man. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.